Hallo, ich bin der Marian Hartkowitsch, bin seit über 15 Jahren im Bereich Website-Umsetzung tätig und mich inspiriert, eine gute Lösung, noch besser einen Nutzen für den Kunden zu schaffen. Ja, um es zu wiederholen, einfach einen Nutzen zu schaffen. Der Kunde möchte oft etwas, weiß nicht genau, was er will und der Weg dorthin, der ist spannend. Gar nicht so leicht zu beantworten, weil bei jedem Kunden interessanterweise ein Highlight stattfindet. Etwas, was sehr oft stattfindet, ist, dass der Kunde etwas möchte, aber noch gar nicht weiß, was er eigentlich will oder umgekehrt. Hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, um es an einem Beispiel festzumachen, man möchte eine Homepage, weiß aber nicht, wofür es überhaupt gut sein soll. Und das ist das Spannende, zu entdecken, was bringt man das Ganze eigentlich, abgesehen davon, einen zu haben. Mützen soll sich was. Den Kunden zu verstehen, also das kann manchmal ein langer Weg sein, manchmal geht es aber recht schnell. Aber ich muss ihn verstehen, um mit ihm zusammenzuarbeiten. Ich glaube, dass es keine Veränderungen braucht, die haben wir eben. Was es braucht, ist, dass wir auf diese Veränderungen, die da sind, entsprechend reagieren. Aufmerksam bleiben, für Neues aufgeschlossen sein, aufmerksam sein. Ich glaube, damit hat man schon sehr viel erreicht. Ich glaube, dass wir sehen. nosher